Wir waren so lange fort. Es fühlt sich fast merkwürdig an, wieder zurück zu sein. Aber das ist doch immer noch unser Zuhause, oder? Ist das Wunderwald? Ah, so big! Oh, Sprint! Bei diesem Verkehr sollte man sehr aufmerksam sein, wenn man die Straße überqueren möchte. Es ist so viel los. Diese Häuser sind der Wahnsinn, aber... Könnt ihr mir sagen, wo unsere Hütten sein sollen? Nein. Und bei diesen ganzen Geräuschen ist es auch echt schwer, sich zu konzentrieren. Was ist mit Wunderwald passiert? Ich glaube, das ist nicht mehr Wunderwald. Unser Zuhause ist weg! Aber wo sollen wir schlafen? Und was sollen wir essen? Uns wird schon was einfallen. Kommt Zeit, kommt Rat! Haltet die Augen offen und die Ohren gespitzt. Es wäre leichter, panisch zu werden. Oh! Ach, herrje! Es tut auch nur so leid. Nein, mir tut es leid. Danke, aber das war nicht deine Schuld. Wir sind neu hier und... Ich hab keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Oh, das tut mir leid. Hallo! 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 Hi, ich bin Danessa Deer. Das sind Sprint, Brie Bunny, Twist, Felicity Fox und Flick. Ich bin Becker Bunny. Das ist mein Tierfreund Lob. Und das sind unsere Freundinnen Printer Parakeet und Flatter. Na, neun? Was? Wir begrüßen euch sehr herzlich hier in Wunderwald-Stadt. Willkommen! Sagt mal, ihr seht mir aus wie nette kleine Landeier. Wir sind auch gerade vom Land hierher gezohnt. Woher kommt ihr? Hm, ja, also das ist so eine Sache. Wir kommen aus Wunderwald, aber aus dem alten Wunderwald, als es das hier alles noch nicht gab. Wer hat die Stadt gebaut? Und wo kommen die ganzen Enchantimils her? Printer liebt es, diese Geschichte zu erzählen. Dein Auftritt, Printer. Oh, danke, Becker. Sagt mal, wart ihr schon mal auf der Königinneninsel? Na klar, wir haben Königin Davianna getroffen. Dann haben wir den Bau dieser Stadt vielleicht euch zu verdanken. Wieso das denn? Das, was auf der Königinneninsel passiert, ist sehr wichtig für alle Königreiche der Enchantimils. Vor ein paar Wochen wurde bekannt, dass eine Gruppe mutiger Enchantimils aus Wunderwald die Königin vor einer großen Gefahr bewahrt hat. Überall hörten die Enchantimils davon, dass Wunderwald ein Platz sei, wo alle füreinander da sind und Träume wahr werden. Nach und nach kamen Enchantimils von nah und fern nach Wunderwald und alle brachten ihren eigenen Glitzer mit. Glitzer? Du meinst, sowas wie ein Zauber? Nicht ganz. Dein Glitzer ist nämlich das, was du auf der ganzen Welt am allerliebsten hast. Wenn dein Glitzer funkelt, dann berührt es alle Wesen um dich herum. Und so entstand die Stadt. Unser Glitzer bringt uns dazu, die Stadt jeden Tag zu einem besseren Ort zu machen. Es gibt sogar einen speziellen Feiertag, der nur dem Glitzer aller Leute gewidmet ist. Und der ist schon in ein paar Tagen. Das Wunderwald-Stadt-Straßenfest. Ihr müsst unbedingt kommen. Ich werde euch allen vorstellen. Oh, wow. Danke, wir lieben Partys. Aber, äh... Im Moment müssen wir uns um viel simplere Sachen kümmern. Zum Beispiel darum, äh, wo wir leben sollen. In dieser großen Stadt eine Wohnung zu finden, ist ganz schön schwierig. Da hilft es, wenn man jemanden kennt. Alles klar? Und zum Glück kennt ihr ja mich. Bei mir nebenan ist deine Wohnung frei. Wirklich? Danke. Wo geht's lang?